Hallo Leute, das ist deine tägliche Dosis Wahrheit. Solche Äußerungen ersetzen halt mangelndes Fachwissen. Ist dieses Windrott dann schrottreif? An den Vertreter der AfD, wie können Sie es mit Ihrem gewissen Verein in einer zu teilen rechtsextremen Partei zu sein, die auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird? Frau Schulze von den Grünen in einer Sendung mit der AfD. Die moralische Erpressung des Gutmenschentums ist hier gut sichtbar. Seht selbst. Was würden Sie machen konstruktiv für die Integration und die Aufnahme von Migranten? Das Konstruktivste wäre, die Pull-Faktoren abzuschaffen. Jemich die Unterstützung, es darf nur Sachleistung geben. Das war nicht meine Frage. Nein, das ist aber die richtige Antwort darauf. Darum geht es. Den Kommunen zu helfen, mag ja alles sein. Wir müssen das Problem an der Wurzel packen. Und das Problem ist entstanden 2015, wenn man heute die Bundestagsdebatten verfolgt hat, hat eigentlich die CDU im Bundestag heute genau das gesagt, was wir die letzten Jahre sachen. Wir müssen die Pull-Faktoren reduzieren. Die grüne Bombe tickt, sie atmet schon schwer. Es ist einfach zu viel Wahrheit für die Grüne. Die letzten Jahre sachen, wir müssen die Pull-Faktoren reduzieren. Ja, aber die Menschen sind jetzt da. Was würden Sie tun, um denen... Sie sagen leider, dass Menschen, die vor Krieg und Terror fliehen, die aus der Bomben Städten fliehen, wo Frauen vergewaltigt werden. Also ich finde, das individuelle Recht auf Asyl ist eine demokratische Errungenschaft und an der möchte ich nicht rütteln. Und deswegen ist es wichtig, und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir zwei Dinge machen. Nochmal die Antwort auf meine Frage, was würden Sie tun? Bei denen heißt Recht auf Asyl, komme wer wolle. Kein Wohnraum? Egal. Wir haben noch ein paar deutsche Rentner, die wir auf die Straße setzen können. Mit den Grünen in der Regierung ist der Deutsche immer der Dumme. Zwischengesprungen. Ich würde gerne, vielen Dank. Ich glaube, dass der Freistaat Bayern den Kommunen stärker unter die Arme greifen muss bei der Unterbringung und bei der Versorgung. Wir müssen zum Beispiel dafür sorgen, dass Geflüchtete schnell auch Sprachkurse lernen können, weil ich davon überzeugt bin, dass Sprache und in Arbeit kommen, der Schlüssel für die Integration sind. Und da braucht es in meinen Augen noch Kraftanstrengungen. Wir können das nicht. Die Grüne redet manchmal so, als würden hier nur kleine Kinder kommen, die wir zur Einschulung schicken. Das sind fast alles erwachsene Männer, die sollen sich durch ihre eigene Kraft integrieren. Wenn ein Deutscher auswandert, bekommt er auch nichts. Jetzt kommen wir wieder zur Verfassungsschutzkeule. An den Vertreter der AfD. Wie können Sie es mit Ihrem gewissen Verein in einer zu teilen rechtsextremen Partei zu sein, die auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird? Ich fühle mich nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Ich fühle mich vom Regierungsschutz beobachtet. Weil wenn die Protagonisten dieser untergeordneten Behörde selber Parteigänger sind, dann ist jedwede Reputation von Pfannereien verloren. Das geht mich überhaupt nicht. Die sollen sich lieber mal die Grünen anschauen. Die sind gesichert linksextrem. Weiter geht es zum Thema Klima. Frau Schulze ist da ähnlich aufbrausend. Der Mensch ist schuld am Klimawandel. Sie zweifeln das an. Haben Sie da nicht, weil es wird ja auch spürbar, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, nicht ein riesiges Glaubwürdigkeitsproblem Sie als Partei? Nein, im Gegenteil. Wenn ich zurückdenke, wie wir jung waren und es war ein heftiger Sommer, da hat es Sitz freigegeben und man hat, da konnte man damals so ins Freibad gehen, zwischen Eisdiele und Freibad gependelt. Jetzt sind wir ganz lax ausgedrückt. Also gewiss sind Temperaturänderungen spürbar, aber wir müssen immer sehen, seit wann gibt es überhaupt Temperaturaufzeichnungen. Man hat also Studien, die über Experimente an Bäumen, an Versteinerungen von Bäumen zurückgehen, für 10.000, 20.000 Jahre. Es gab schon immer Wandel und Änderungen im Klima. Und der Glaube, dass wir als Bayern oder als Deutschland durch Reduzierung vom CO2-Ausstoß irgendwas am Weltklima ändern können, dieser abstruse Gedanke, ich schaffe Elektroautos an, die Autos, die wir abschaffen, die werden nicht verschrottet, die gehen nach Afrika, da kommt der Dongle-Bad-Computer rein, da laufen die ohne AdBlue, das sind alles Tatsachen. Wahre Worte von Herr Böhm und die Grüne bekommt direkt Schnappatmung. Bevor es weitergeht, was ist eure Meinung dazu? Schreibt es in die Kommentare. Die Frau Schulze zerreißt es jetzt gleich. Ja, das ist gut möglich, aber das ist einfach die Metaebene, die wir einnehmen müssen. Wir gehen immer hin, sagen, oje, 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 der Klimahype und alles ist furchtbar. Und klar, wenn ich einem jungen Menschen sage, du musst am Klima übernächste Woche sterben, dann hat er kein Interesse mehr richtig zu arbeiten, sich fortzubilden, was Vernünftiges zu machen. Die Menschen, ja, ich meine die Grünen zum Beispiel. Die Grünen sorgen mit ihrer Politik dafür, dass unsere Jugend in Angst vor Klimawandel erstattt und junge Leute sich auf der Straße festkleben, anstatt in die Arbeit oder in die Lehre zu gehen. Das ist der Fakt und da müssen wir gegensteuern. Das ist reine Verbotspolitik, was von ihrer Partei kommt. Und wir sind dazu angetreten, um genau das zu ändern. Klimawandel. Frau Schulze ist jetzt an der Reihe. Was meint ihr? Kommt wieder die alte Leier von Aber alle Wissenschaftler haben gesagt. Gut, also es ist Quatsch, was Sie sagen. Das muss ich mal ganz klar und deutlich so sagen. Solche Äußerungen ersetzen halt mangelndes Fachwissen, aber das ist Ihnen immanent. Wäre doch jetzt spannend, die Antwort zu Frau Schulze zu hören. Da gebe ich Ihnen recht. Gut, also die Klimakrise ist menschengemacht. Das sagen alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir haben die heißesten Temperaturaufzeichnungen, seit es Temperaturaufzeichnungen gibt, in diesem Jahr und in diesem Sommer gehabt. Seit wann gibt es Temperaturaufzeichnungen? Wir sehen das durch die ganzen Starkwetterereignisse wie Hagel, Dürre, Hitze. Wir haben in Bayern, zum Beispiel im Norden von Bayern, manche Orte, wo es 60 Tage nicht geregnet hat. Und ich sage das mal ganz klar und deutlich. Ich will mich damit nicht abfinden. Und ich glaube auch nicht, dass es verantwortungsvolle Politik ist, zu sagen, mei, dann ist es halt mal schön warm. Können wir in die Eisdiele gehen, wenn 60.000 Hitze-Tote im letzten Jahr es allein in Europa gab. Das heißt, die Klimakrise ... Das sinnlose Gequacke spule ich mal vor. Wir sind fast am Ende. Allerdings ballert Herr Aiwanger auch noch mal einen raus, dass es der Grünen fast die Sprache verschlägt. Wir tun was, wir können mit Dekarbonisierung, mit Wasserstoff, mit Ausbau der Erneuerbaren. Aber ich glaube nicht, dass wir mit Deindustrialisierung in Deutschland die Welt treten. Nein, aber mit einer klimaneutralen Wirtschaft. Und da müssen wir hin. Und wenn man jetzt immer nur sagt, ich mache erst was, wenn was andere machen, dann wird halt nie was vorangehen. Das stimmt ja nicht, wir machen das ja nicht. Und ich glaube, dass zum Beispiel das Erneuerbare-Energien-Gesetz, was damals Rot-Grün auf den Weg gebracht hat, ist mittlerweile weltweit, wird es kopiert. Und man zeigt, dass man mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben kann. Und das ist genau den Weg ... Haben Sie es gehört? Ihr würdet es schreddern. Wir haben als Deutschland den Pariser Klimaabkommen unterzeichnet. Und ich finde, es ist unsere Verantwortung. Uns und vor allem auch die Nachfolge von der Redung. Die Grünen sind wahrscheinlich erst zufrieden, wenn wir nur noch mit Kutschen und Tretrollern herumfahren. Letzter Clip. Aiwanger haut jetzt einen Megasatz raus. Die Frau Schulze hat einen Vorschlag gemacht. Da hätte ich gerne eine Antwort von Ihnen. Und zwar hat die gesagt, dass man jedem Baby einen Anteil an Windkraftanlagen quasi schenken solle schon, damit es dann später eine Rendite gibt aus der Windenergie. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Was halten Sie von dem Vorschlag? Würden Sie da mitgehen? Ich halte es für Unsinn. Erstens mal müsste dann der Staat all diese Windräder bauen. Ein Windrad kostet heute 10 Mio. Euro. Und es ist dann so, just wenn das Kind volljährig ist, ist dieses Windrad dann schrottreif. Dann heißt das Kind hat dann einen Anteil an einem Windrad, das dann just verschrottet werden muss. Wenn es volljährig wird, vielleicht muss es dann noch Geld mitbringen, um das Windrad wieder rückzubauen. Aber vielleicht wird das ja auch modernisiert. Auf so einen Blödsinn können auch nur die Grünen kommen. Die sollten sich erst mal um die ganzen geschredderten Vögel durch die Windräder kümmern. Ganz zu schweigen von der Logik, ganze Wälder für Windräder zu roden. Wie dem auch sei, was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir in die Kommentare und lasst gerne ein Abo und ein Like da. Ich bedanke mich und bis bald.